Hallo, wir machen weiter bei Yoshis Strange Quest. Das letzte Mal haben wir die Rainbow Road und den Sky Village, das Sky Village, gemacht. Und jetzt machen wir mit dem Mirror Ghost House 2 weiter. Ich hab an... oh Gott. Ah ja, natürlich. Ach so. Ich muss also wirklich nur da unten hingucken. Ne, Quatsch. Ich muss hier oben hingucken für die Gegner und da unten für die Blöcke und so weiter. Ich sehe die Yoshi-Coin. Das ist verwirrend. Ah, jetzt muss ich auf die Gegner da oben gucken. Oh Gott. Okay. Okay. Oh Gott. Was? Ich dachte, ich hätte es geschafft. Trifft mich jetzt der oben oder unten? Das ist jetzt halt die Frage, die ich nicht weiß. Springt bitte da einfach... Wieso erwische ich es denn jetzt nicht mehr? Nein. Dann eben so. Ich würde halt... Na gut, nehmen wir den Hit halt so. Von mir aus. Ach so, schießen kann ich nur mit dem oberen. Ach so. Willst du mich wissen, ob mich der treffen kann da unten? Nein, okay. Mal kurz gucken. Da ist nichts. Okay. 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 Da komm ich nicht rein, ja? Na gut. Spiegelein, Spiegelein an der Wand. Hörtest du bitte aufhören? Ach komm, dann komm mal das mal her. Geh weg, so. Das war scheiße. Wo ist die zweite Yoshi-Coin? Ich habe Sorge. Mal wieder. Oh, what? Ist das eine Reset-Door? Das ist doch... Ich kann es mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass das eine Reset-Door sein soll. Oh, what? Achso. Ich kann ja springen, wenn da oben der Ring... Ah, ja, natürlich. Das ist eine Reset-Door. Ja, gut, ja, man kann es schon verkacken. Okay. Okay. Wir haben keine neuen Yoshi-Coins. Können wir bitte den Hit hier... Jetzt ist er nämlich gar nicht da, der Typ. Ist ja klar. Okay, wie komme ich da ran? Ich habe... Ne, oh Gott. Du blöder fucking Geist. Jetzt kommt... Alter, haltet... Das ist überhaupt nicht so viel Zeug. Nein. 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 Ich hab auch die Danke! Was für eine verkackte Stelle. Das ist... Das ist einfach zu viel. Und es sind halt auch wieder teilweise Random Generatoren. Das ist echt schlimm. Die das Ganze so problematisch werden lassen. Wat? Ach. Ja, weil, guck, dem konnte ich jetzt nämlich überhaupt nicht ausweichen. Aber es war gar nicht möglich, dem auszuweichen. Ich wüsste nicht wie. Haaaah. Ja, natürlich kommen Sägen auch noch. Ach, komm! Ich hab's doch grad geschafft hinter der Säge zu landen. Danke. Da ist wieder so ein fucking random Generatorenviech. Das Nächste. Ja. 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 Okay. Yeah. Ja. Na toll. Jetzt kann ich keinen Hit mehr nehmen. Nicht gut. Vierter Yoshi-Coin. Die Hoffnung, dass noch eine kommt. Kann ich da rein oder nicht? Nee. Na gut. Bleib bloß weg von... Nein. Natürlich hat das Ding einen Secret Exit. Ich bin einig. 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 Exit sein. Und wo ist die letzte Yoshi-Coin? In der Hoffnung, dass sie beim Secret Exit ist. Sonst müssen wir da noch zweimal durch, mindestens. Oh boy. Ja, halt deine scheiß Igwies. Das ist so ein dummer Sprung hier raus. Ach, warte, ich kann da drüben landen. Das hat bestimmt mit irgendeinem P-Switch... Oh ja, ich weiß noch mit welchem P-Switch. Ich geh jetzt mal stark davon aus, dass es der hier nicht ist. Trotzdem gucken wir noch mal da drüber. Nee. Das ist der andere P-Switch. Jupp. Hier war eine Tür! Holy shit! Das ist dieser P-Switch. Äh, es ist beides. Das ist einmal dieser P-Switch und einmal der andere. Einmal für die Yoshi-Coin und einmal für den normal Secret Exit. Fuck it. Das heißt, wir müssen wirklich noch zweimal durch das Level durch. Hurray. Ich freu mich riesig. Aber das heißt, dann die blöde Stelle muss ich nur noch einmal machen, weil die war ja hier dann... Die war ja erst ein... Ah! Habe ich schon mal gesagt, dass Random-Generatoren scheiße sind? Ja, hier ist nämlich der andere Switch. Wir können ja schon mal gucken, ob da was ist. Dann werden wir auf Nummer sicher. Ach. Ich muss echt, 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 echt jetzt hier rüber, na gut. Ich weiß auch wo, bestimmt, bestimmt da, wo der Dings rumläuft. Der Knochen-Heini. Ach, komm! Nein. Wirklich nicht. Nein. Ich würde schön können, dass hier was ist. Na gut. Na gut. Dann holen wir uns erst mal die Yoshi-Coins. Da wissen wir, wo sie sind. So übrigens nicht. Oh Gott, die Stelle. Schnell durch. Die ist furchtbar gewesen. Jetzt trifft mich halt der blöde Drecksack. Und wenn dann auch noch so ein Random-Generator dazukommt, dann ist halt vorbei. Okay, 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 okay. Ah, wir haben die Stelle. Schlimmste Spielstelle in dem Level. Kann ich da vielleicht irgendwie drüber? Aber das bringt mir auch nix. Nee, das bringt mir halt so gar nix. Oh. Pff. Ups. 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 Was ist eigentlich da drüben? Nichts noch, nee. Ah, hier ist nochmal ein P-Switch gewesen. Dann können wir hier nochmal in die andere Richtung gucken. Ob da irgendwo nochmal eine Tür auftaucht? Ups. 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 Willst du mich eigentlich... ... Ich gucke euch diese Scheiße an. Diesen Random Generatoren, das ist echt dumm. Und dadurch, dass es halt... Ach ja, der Quatsch noch mal. Und das jetzt nur wegen den Yoshi-Coins. Eigentlich müsste ich das nicht noch mal spielen. Zum Glück habe ich jetzt ein bisschen Energie. Gleich nicht mehr. Blutdruck steigt in dem Level mal wieder. So ein... Ach, ich kann ja nicht rutschen. Stimmt ja. Toll. Okay. Let's die Yoshi-Coin. Dann haben wir den Scheiß hier auch wieder. Und noch mal rein. Aber das mal im nächsten Part. Danke fürs Zuschauen und tschüss.